Hallo Fotofreunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht um meinen Akt Workshop am 15. Februar, was ich mit Veronika gemacht habe. Wir hatten eine tolle Location, ein Schloss, wo wir auch Indoor und Outdoor fotografiert haben. Also ich habe ein Video darüber gemacht und bitte schau bis Ende dieses Video. Als Info, mein Workshop am 29. März ist total ausgebucht, aber ich habe noch Plätze frei am 4. April. Das ist ein Akt Workshop in einer Industriehalle mit Fanny Müller. Fanny ist ein von den besten Aktmodellen in ganz Europa und ist sehr selten hier in Ungarn oder in Österreich. Also das ist eine sehr gute Möglichkeit Spitzenbilder zu machen. Du musst nur Knopf drücken, das ist nicht so einfach. Du musst auch fotografieren können, aber ich helfe gerne dabei mit Tipps und Tricks und mit Einstellungen und so weiter. Also unter dem Video steht meine E-Mail-Adresse und schreibt mir bitte auch eine Anmeldung, aber nur bis 1. März bitte und dann ist los. Also begrenzte Teilnehmerzahl mit Maximum 5 Fotografen arbeiten wie immer. Abonnieren nicht vergessen und gut Licht. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018